Hi, ich hoffe, euch geht's sehr, sehr gut. Ich bin Eva und in dem Video geht's um Zielsetzungen für das neue Jahr. Weil ich glaube, Ziele zu haben ist unglaublich wichtig, weil es ist praktisch so, wie wenn du in ein Restaurant gehst und du weißt nicht genau, was du willst. Also du gehst da vielleicht rein und dann sagt dein Freund oder deine Familie, schau die Nudeln, schau doch gut aus, aber du willst eigentlich lieber eine Pizza. Und du willst eigentlich eine Pizza, bist dir aber nicht ganz sicher und deswegen lässt du dich überreden auf Nudeln. Und dann kriegst du die Nudeln und du bist enttäuscht, weil es keine Pizza ist. Aber du kannst nicht wirklich deine Familie oder den Kellner oder irgendwas irgendwie sagen, ja, ihr seid schuld, dass ich Nudeln hab, weil du warst dir einfach nicht klar, was du wolltest. Wohingegen, wenn du dir klar bist, was du eigentlich willst, also zum Beispiel eine Pizza, ist es viel, 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 viel einfacher, dass du dann deine Pizza auch bekommst und dann am Ende eben auch glücklich darüber bist. Deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn man sich klar wird, was will man eigentlich im neuen Jahr erreichen, dass man einfach immer schaut, okay, was habe ich im alten Jahr erreicht, wofür bin ich da dankbar und was will ich noch erreichen oder woran könnte ich noch arbeiten. Und ich versuche praktisch, dass ich mir jedes Jahr mindestens so 19 Ziele setze, die ich dran arbeiten will und ich würde euch einfach mal meine Ziele so zeigen, dass ihr vielleicht eine Ahnung habt, was für Ziele man eigentlich haben kann. Bei mir ist der erste Ziel, dass ich unbedingt Produkte entwickeln will, die anderen Personen helfen, also zum Beispiel E-Books von Smoothies, also einfach E-Books, wo Leute vielleicht Nutzen finden oder ich will Coaching anbieten im Bereich von Ernährung, weil ich es schon mal gemacht habe und ich glaube, das hat den Personen, wo ich es angeboten habe, auf jeden Fall geholfen, dass ich einfach Produkte entwickle, die wirklich anderen Menschen helfen. Das ist unglaublich wichtig. Und ich will auch auf jeden Fall lernen, wie man verkauft, weil ich glaube, dass es eine Strategie gibt, die man lernen muss oder lernen kann oder lernen sollte, wenn man gut verkaufen will. Und da will ich mich auf jeden Fall mehr reinlesen und auch auf jeden Fall viel, viel mehr mit Geld verdienen und Unternehmensgründung etc. Der zweite Punkt ist, dass ich im Moment studiere und ich würde wahnsinnig gerne ins Ausland gehen, weil ich lebe noch bei meinen Eltern und ich würde wahnsinnig gerne einfach von heim mal ausziehen und einfach einen anderen Blickwinkel auf die Welt bekommen, weil es ist, glaube ich, ein großer, großer Unterschied, wo man lebt, ob man alleine lebt. Und ich glaube, einfach vor allem auch in einem anderen Land für zehn Monate oder für ein Jahr zu leben, gibt einem ein komplett anderes Bild von der Welt und man erfährt auch richtig viel über sich selber. Und deswegen bewerbe ich mich gerade für das Erasmus-Programm, das Studienprogramm, wo ich dann eventuell nach Spanien gehen könnte und ich hoffe, dass es funktioniert. Dann gibt es noch den Punkt, dass ich auf jeden Fall versuche, auch mehr Inhalt zu bringen, der hilfreich ist, also vielleicht inspirierend oder hilfreich oder informativ auf YouTube oder auch auf Instagram, dass ich das auf jeden Fall aufrechterhalte und dass ich einfach anderen Menschen hoffentlich inspiriere oder anderen Menschen helfe, weil es gibt mir auf jeden Fall ein Gefühl von Wichtig, Wichtigkeit oder genau einfach, dass ich da noch mehr machen will. Dann gibt es auch den Punkt, dass ich auf jeden Fall tanzen weiterhin eine Priorität in meinem Leben lassen will, also weil Tanzen mir so viel hilft auch, nicht nur vom Körperlichen her, dass es ein unglaublich cooler Sport ist, der Spaß macht, sondern einfach mental ist es richtig cool, weil es die Sportart ist, die mir wirklich am meisten Spaß macht und es ist nicht nur für mich ein Sport, sondern auch ein Punkt, wo man sich praktisch ausdrücken kann, seine Gefühle tanzen praktisch, also ich finde, daran ist definitiv was Wahres drin, genau, das will ich definitiv aufrechterhalten und ich finde es auch so unglaublich, weil ich mache Paartanz, also Bachata und Salsa und sowas, ich finde es auch gut, wenn man trifft wirklich neue Leute und man kommt schnell mit neuen Leuten in Kontakt, ohne irgendwie dabei Substanzen zu haben, wie zum Beispiel Alkohol oder so. Deswegen finde ich es wahnsinnig gut und ich will es auf jeden Fall aufrechterhalten, weiterhin zu Tanzkursen gehen etc. Dann gibt es noch den Punkt, dass ich versuche, jeden Tag dankbar zu sein für so viele Dinge, weil egal, was man in seinem Leben erreicht, es kommen immer wieder neue Herausforderungen, das ist einfach das Leben und klar ist es besser, wenn man sportlich ist und aktiv ist, aber wenn man das Ziel erreicht hat, dass man abgenommen hat, dass man sportlich ist, hat man neue Herausforderungen, zum Beispiel Beziehung. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass ich wirklich jeden Tag mich daran erinnere, okay, was sind die Punkte, wofür ich dankbar sein kann, einfach, dass ich die Dinge nicht als selbstverständlich nehme. Und dass ich wirklich mir am Tag nur eine Minute, wenn es auch ist, einfach nur eine Zeit nehme, kurz einzuatmen und auszuatmen und mir zu überlegen, okay, was ist das, für was ich heute dankbar bin. Dann gibt es natürlich auch, dass ich unbedingt einen Retreat geben will, also dass ich entweder plane oder tatsächlich einen Retreat gebe, weil ich finde es so eine coole Idee, Retreats zu geben, also dass man zum Beispiel in ein anderes Land geht, wie Teneriffa, wo ich gerne hin würde oder da dann einfach eine Gruppe von Menschen ist und dann zusammen ein Programm macht, also zum Beispiel die Hälfte des Tages über Rohkost, vegan lernt und Gruppen macht, wo man über diese Themen redet und dann die andere Hälfte des Tages gemeinsame Aktivitäten macht, wie zum Beispiel Surfen oder wie zum Beispiel Wandern gehen oder kulturelle Dinge erleben, wie Konzerte oder sowas, dass man da einfach, oder gemeinsames Singen, gemeinsames Meditieren, was auch immer, dass man, oder Sportaktivitäten wie Yoga, Acro-Yoga, Body-Workout, das wäre wirklich, wirklich mein Ziel, weil ich glaube, es ist eine fantastische Weise, nicht nur Geld zu verdienen, weil man für sich selber was macht, sondern auch für die anderen Menschen was macht und es ist so schön und ich kenne ein paar Leute, die geben Retreats und ich finde die Idee einfach unglaublich gut. Genau, dann würde ich auf jeden Fall gerne weiterhin gute Beziehungen, wie sagt man, an guten Beziehungen arbeiten, also damit meine ich natürlich Familie und Freunde, dass man da Zeit investiert, dass man sich trifft, aber natürlich auch im Bereich von Liebe, dass man, also ich setze mir keine Deadline in 2020, muss ich den Lebenspartner für immer finden, weil das habe ich gelernt, eine Deadline für so Sachen zu setzen, bringt nur unglücklich sein, weil man so viele Erwartungen hat, die dann am Ende eventuell nicht erfüllt werden, aber dass man trotzdem einfach an sich arbeitet, dass man sich informiert, dass man lernt, eine bessere Person selber zu sein, ist glaube ich wirklich wichtig und ich versuche immer, mich zu fokussieren, nicht wirklich auf das Ergebnis, also zum Beispiel, okay, ich habe so und so viele Follower zu diesem Zeitpunkt oder okay, ich habe diese Beziehung zu diesem Zeitpunkt, sondern dass man wirklich, also dass ich meinen Fokus mehr auf, was mache ich jeden Tag, um näher an das Ziel zu kommen, weniger als, was wirklich als Ziel rauskommt, weil ich glaube, wenn man sich belohnt für die Aktionen, die man macht und weniger so sehr für das Ergebnis, es ist leichter für sich selber, weil manchmal gibt es einfach andere Einflüsse, die man nicht bestimmen kann und wenn man dann einfach sich zumindest für das belohnt, was man selber machen kann, es ist viel, viel, viel einfacher, glaube ich. Dann gibt es noch natürlich, dass ich auf jeden Fall auf meinen Körper Acht geben will, also dass ich weiterhin Sport machen will, dass ich mich weiterhin bewegen will, dass ich weiterhin mich gesund ernähren will, vegan ernähren will, größtenteils natürlich Rohkost, weil mich das einfach am besten, weil ich mich damit einfach am besten fühle, immer noch. Genau, und dann natürlich, Universität, weil es doch ein bisschen mehr ist zu lernen, als ich gedacht habe, deswegen, dass ich mich da ein bisschen mehr anstrenge und auf jeden Fall meine Prüfungen schaffe und alles schaffe. Genau, und ich glaube, das waren so die Punkte, die ich mir vorgenommen habe und ich bin wirklich gespannt, was deine Ziele so für das neue Jahr sind, ob du irgendwas Neues lernen willst, zum Beispiel eine neue Sportart lernen willst, wie Surfen oder wie Klettern, dass du neue Sachen ausprobieren willst, vielleicht bist du sehr schüchtern und du willst selbstbewusster werden, du willst auf Partys gehen oder so Zeug oder eben das Gegenteil, dass du sehr extrovertiert bist und du musst lernen, ein bisschen mehr in dich selber, mit dir selber was zu machen oder so. Also ich bin wirklich, wirklich interessiert, was eure Ziele sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie in die Kommentare schreiben oder mir auf Instagram schreiben, weil, genau. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao, ciao!